Die Stadt Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen stellen das Sicherheitskonzept für das Derby zwischen Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt vor. Darmstadt hatte das Hinspiel in Frankfurt mit 1 zu 0 gewonnen. Im Anschluss kam es zur Ausschreitung zwischen Eintracht-Fans und der Polizei. Dies soll sich beim Rückspiel am kommenden Samstag nicht wiederholen. Wir haben in der Tat Erkenntnisse aus der Fanszene, dass dort wohl die Absicht besteht, zu irgendeiner Zeit, die wir nicht näher definieren können, nach Darmstadt zu kommen. Genauere und detaillierte Einzelheiten kennen wir derzeit nicht. Eintracht Frankfurt muss als Konsequenz aus den Ausschreitungen nach dem Hinspiel auf die Unterstützung der Fans verzichten. Der Gäste-Fanblock wird leer bleiben. Da die Eintracht konkret abstiegsgefährdet ist, sorgt dieser Umstand für zusätzlichen Zündstoff. Die Maßnahmen der Stadt und der Polizei sind dementsprechend umfangreich. Zunächst einmal besteht ja eine Allgemeinverfügung der Stadt und damit ist es den Frankfurtern, den Frankfurter Fans untersagt, das Stadtgebiet zu betreten. Das ist die Rechtsgrundlage für uns. Und ja, für uns kommt es darauf an, dieses Potenzial zu erkennen an den entsprechenden Einfahrtsmöglichkeiten, an öffentlichen Bahnhöfen, Verkehrspläten und so weiter. Und wenn wir solche Menschen antreffen, werden wir dann vor Ort entscheiden müssen, welche Maßnahmen wir diesbezüglich treffen. Fans von Eintracht Frankfurt wird geraten, gar nicht erst nach Darmstadt anzureisen. Es ist einfach schade, dass die Frankfurter Fußballfans jetzt nach Darmstadt nicht kommen können in der Richtung. Aber da müssen wir uns dran halten. Ich sage nur, es gibt keine Chance in Darmstadt, das Spiel zu sehen für die Frankfurter Fans. Es ist vernünftig, wenn sie einfach zu Hause bleiben und dort die Möglichkeit haben, in irgendeiner Weise das Spiel zu verfolgen. Weil hier in Darmstadt hat es eben, wie gesagt, keinen Sinn. Und für die Zukunft ist es halt, es wäre einfach wunderschön, wenn Fußball im Vordergrund steht. Für die Polizei Südhessen ist dieser Einsatz einer der größten, der jemals im Zusammenhang mit einem Fußballspiel stattgefunden hat.